aber einer muss es tun und wir haben unseren buddy, der hat kein namen mehr, was soll ich sagen ok ich habe Fragen das sieht auch nicht so gesund aus sind wir im Welthall? haben wir die Reimschiebte gezündet? Welthall ist das nicht aber der Kollege lebt noch also ich fühle mich jetzt auch nicht mehr so alleine das sieht sehr falsch aus das sieht sehr vieles hier sehr sehr falsch aus ok also wir sind an der Oberfläche also ich ganz unser neuer Freund teilweise oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott was soll immer das jetzt sein so irgendwie hat das was von so einem von so einer Wirbelsäule aber echt beängstigend, dass wir so alleine sind wir sind die Letzten der Letzte von ich weiß nicht was und fahren jetzt hier rum um keine Ahnung was zu tun wir stehen unseren Hintergedanken noch nicht so ganz oh, das Headquarter das sieht sehr nach oh, das waren doch nicht nur diese Figuren das sieht sehr sehr nach Hauptquartier aus so schön war ein schöner Ausflug ok, hier sieht es einfach nur kaputt aus also kaputt im Sinne von zerfallen über die Jahre ja ja hey, warum Leute warum ok aber war das wirklich mal ist das vielleicht also klar Hauptquartier aber ist das vielleicht auch einfach dann die Geburtsstätte von allen das macht mir nämlich so ein bisschen den Eindruck als ob es genau darum gehe guck mal die Rezeption ok, es sieht aus wie Neuronen und Tag ich muss das jetzt erstmal gründen bevor wir das offensichtliche machen und wahrscheinlich ist das sowieso Sinn des Ganzen ähm ähm hier vorher was zu tun okay ich freue mich sehr dass das da keine also bis jetzt nichts von dieser Seuche angekommen zu scheinen scheint einfach nur kaputt aus ist ja auch schön echt schön ne ah na siehste ich muss das wieder mitnehmen ähm ist das jetzt so ein Teilelager warum 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 so, das ist voll geladen das nochmal nachladen das also jetzt jetzt hat es was vom Endkampf irgendwie ne jetzt werden wir nochmal voll gepumpt bis zum geht nicht mehr mit allem ähm ja das sieht jetzt gar nicht gruselig aus da Deckel zu ach da ist der Kopf warte ich such dir ein schönes Bein ach soll ich den jetzt da hinschieben geht's da drum ich nehm dich mit und setz dich da ab jetzt da rum ich setz dich da ab okay ähm aber äh how also wie ähm da ist so ein Greifarm wieder mal hm 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 was anfangen. Ja dann, ich nehme das jetzt mit. Irgendeinen Sinn wird das hier haben. Ach ehrlich? Ich nehme das hier an. Ich nehme das hier an. Ich nehme das hier an. War das einfach der Falsche und ich... Hä? Also muss es vielleicht dann der zweite immer sein? War der vielleicht kaputt? Äh... Was macht denn das jetzt für einen Sinn? Sad, Johnny. Really sad. Oder muss ich denn da jetzt vorne dieses Ding quetschen? Was? 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 Was stimmt denn in dieser Welt nicht? Das ist nicht richtig mit euch. Wer lässt sich sowas denn? Warum? Geht mir die Warte, ne? Was? 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 Ist das jetzt gut? Habe ich jetzt da die Seuche hingebracht? Was? 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 Ich... Achso. Achso. Das geht ja gar nicht jetzt. Ach doch. Neuer Robo. Ah, und der hat aber... Der ist... Hallo. Meet my new friend Johnny. Ah ja, und den muss ich jetzt hier herlotsen, oder was? Ah, sonst geht es dir aber doch, ne? Warum bist du denn jetzt so gemein zu mir? Hab dich grad zum Leben erweckt. Hallo? Daw... Hey, ja. Alles klar, ne? Weißt du Bescheid, warum da so viel Heilung liegt, ne? Einschläge kommen näher. Und dafür, dafür, dass es Aliens sind, geht das mit dem Nachladen ganz schön langsam bei denen. Gut. Sweet. Hier dann noch einen extra. Ein bisschen weiter weg bin vielleicht. Das Gitter ist hinten gut, auch gut. Er sprengt sich ja auch gerne selber in die Luft, ne? Nein. Jeder braucht so seine Hobbys, gell? Glaube ich. Aua, aua, aua. Och ja, genau. Das könnte jetzt ziemlich schmerzhaft enden. Ähm, ja. Achso, hat nachgelacht. Ich dachte, er hat mir geklatscht. Das ist ja, äh, schade. Ja, und jetzt? Oh, ist er kaputt. Hätte er das da hinten kaputt sein sollen? Oh, ja. Oh, ja. Ähm. Ähm. Autsch. Was ist denn das für ein Kumpel? Ich meine, ich habe seinen kleinen Kumpel da getötet. Aber das hat er ja nicht gesehen. Was ist denn das für ein Kumpel? Das hat volle Lutte jetzt gesessen. Naja, komm, dann, ähm. War ein bisschen mutig. Das war ein bisschen arg mutig. Ja, weiter. Ne, jetzt hören wir auf, ne. Ist klar. Jetzt, jetzt hören wir auf. Okay, ne. Habe ich, habe ich verstanden, ne. Ähm. Möchte ich gar nicht mehr machen. Ja, ich habe nicht mehr als Kumpel. Und ich habe nicht mehr als Kumpel. Vielen Dank.